Hallo, mein Lieben, es ist der National-Apparatur-Proaktions-Coach, Grundpsychologe. Ich wollte mal wieder hinweisen, das ist meine Ausbildung wieder Ende des Jahres. Losgehen zum wiederholten Mal, wenn du diesmal mitmachen willst, für Einzelberatung und Paarberatung. Das findest du auf meiner Webseite, da gibt es oben so einen Slider Ausbildung. Läuft online ab. Coole Sache, selbst wenn es wieder Corona geben sollte, alles safe. Heute haben wir eine coole Frage, wenn du auch Fragen stellen willst, kannst du ein Formular auf liebeschiff.de machen. Und zwar geht es um das Thema, ich kann mich nicht entscheiden. Diesmal nicht ein Liebesding, aber wir können auch ruhig mal andere Fragen stellen, das ist alles fein. Hallo Christian, ich habe mal eine generelle Frage, die vielleicht auch für einige andere Leute spannend sein könnte. Du redest ja öfter in deinen Videos von der suboptimalen Wirkung des Egos, das uns manchmal zu bestimmten Entscheidungen leitet, die eigentlich nicht gut für uns sind. Ich erinnere mich, dass das Ego zum Beispiel alles verstehen will, Dinge analysiert, kontrolliert. Auch die Verpackung von Menschen, Sachen schiert, sich eine Rage ärgert, unbedingt genaue Gerechtigkeit schaffen will. Also das ist so, dass man zum Beispiel nicht gehen kann, wenn man unbedingt alles klären will. Derzeit stehe ich vor einer wichtigen Entscheidung, welchen Master ich studiere. Das eine in der Nähe von meinem Wohnort, in meinem bisherigen Fach, das andere im Ausland. Ein neu, schwer in Deutschland zugängliches Fach auf Englisch. Ich leite diesbezüglich unter obsessivem Nachdenken und frage mich, ob es vielleicht auch hier einen Weg geht, das Ego von dem, was man wirklich will, zu unterscheiden. Woran erkennt man das Ego in solchen Fällen? Danke schon mal. Würde mich sehr über ein Video freuen. Ja, also erstmal, dass jetzt das Ego ist, weiß ich, also ich verstehe schon, was du meinst. Sicherlich, das Ego hat sicherlich Angst, dass man falsche Entscheidungen trifft und ja, daraus irgendwie Nachteile hat und will einen schützen. Aber es ist jetzt wahrscheinlich so eine typische Ego-Frage, weil das ist ja wirklich eine schwierige Entscheidung. Also so ist es ja jetzt nicht. Was du da machen kannst, ist, also einfach ist es natürlich mal so eine Pro- und Kontra-Liste zu machen, aber hast du wahrscheinlich schon gemacht. Dann, was ich eine gute Übung finde, das kann man, glaube ich, auch ganz gut für sich machen, ist mal sich so zwei Ecken im Raum raussuchen. Eine steht für Deutschland, eine steht fürs Ausland. Kannst du mal so intuitiv machen und dann kannst du sozusagen deinem Körper mal bitten, dir zu zeigen. Also du gehst dann in die entsprechende Ecke, entspannst dich erstmal so ein bisschen und bittest dann deinem Körper, dir zu zeigen, okay, wenn das jetzt heute in einem Jahr wäre oder meinetwegen auch in drei Jahren, hey, wie fühle ich mich gerade und versuche, sich so komplett zu entspannen. Wie fühle ich mich gerade in Usbekistan mit diesem fremden Fach? Ach, was habe ich gerade erlebt? Aber also du guckst sozusagen nicht in die Zukunft, sondern du bist dann in drei Jahren, in der Zukunft und guckst sozusagen zurück auf die letzten drei Jahre. Das hört sich jetzt vielleicht crazy an, aber oft kommen da Bilder. Ach, hätte ich das erlebt, hätte ich dies erlebt und hätte dann jedes erlebt und das wäre so und so gewesen und ich hätte mich so und so gefühlt. Und das Gleiche machst du dann mit Deutschland auch. Das ist eine echt coole Übung. Da kann man auch super mit dem inneren Team arbeiten, so eine Schutz-von-Tun-Geschichte. Und ja, bin aber nicht so ganz sicher, ob man das so, ist glaube ich allein ein bisschen schwierig. Also ich würde das mal ausprobieren und ansonsten, klar, ich meine, ich als Psychologe, ich bin halt immer so ein bisschen pro Veränderung, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ohne jetzt deine Situation zu kennen, ist ja auch immer die Frage, kann man nicht auch wieder zurück, wenn es nicht passt irgendwie? Hat man vielleicht nur ein halbes Jahr verloren und weil wir neigen natürlich so ein bisschen dazu, die Chancen im Neuen zu unterschätzen und die Risiken zu überschätzen. Das heißt, wenn du diese beiden Sachen gleich findest, Deutschland und Ausland und Ausland ist für dich so ein bisschen Lernzone, Panikzone und Deutschland ist eher Komfortzone, ist das Ausland wahrscheinlich höherwertiger, ja wahrscheinlich, aber könnte sein, dass das Ausland höherwertiger ist als Deutschland, als Entscheidung, weil du sowieso schon automatisch die Chancen erniedrigst und die Risiken erhöht hast. Ja, das sind ein paar Gedanken dazu, schreibt auch gerne, wenn ihr anderen dir das hört, was ihr so denkt dazu und wir werden uns bald wiedersehen.